Nachdem die PlayStation 3 präsentiert wurde, haben wir eigentlich alle nur darauf gewartet, dass Microsoft endlich nachrückt. Und jetzt haben sie angekündigt, dass sie sie ankündigen werden, die neue Xbox. Und zwar auch fast zu deinem Geburtstag, richtig? Genau, am 21. Mai, also einen Tag vor meinem Geburtstag, ist es soweit. Sie haben zwar noch nicht angekündigt, dass sie die neue Xbox zeigen, aber es ist im Grunde genauso sicher wie damals bei Sony. Es ist halt von einem Xbox-Media-Briefing die Rede. Das findet in Redmond statt, also sozusagen in der Nähe oder sogar im Headquarter von Microsoft. Und ja, ich persönlich werde auch die Ehre haben, vor Ort zu sein. Es war ja auch schon bei der PlayStation so, dass man nicht nur wirklich im Grunde vorher wusste, ja, sie wird jetzt da angekündigt auf dem Event, sondern dass auch vieles, was es vorher an Gerüchten gab, was jetzt drin sein soll an Hardware und dergleichen, sich hinterher bestätigt hat. Wie sieht es denn aus mit der Xbox? Gibt es da schon viel Gerüchte, was drin sein wird und wie sie aussehen wird? Ja, also entsprechend optimistisch sind wir tatsächlich, wie bei Sony, dass an den Gerüchten auch was dran ist. Und da gibt es eben auch schon sehr viel im Vorfeld. Also was die Architektur anbelangt, geht man eben davon aus, dass wie bei der PS4 eben eine PC-nahe Architektur mit einem x86-Prozessor verwendet wird. Also muss man gucken, ob man dann nur 4 GB Speicher hat oder doch auch 8, wie bei der PS4, das sind dann Details. Spannend ist auch, was sich beim Controller tut, weil der 360-Controller ist ja bei vielen Leuten sehr beliebt. Aber auch da gibt es natürlich Spekulationen, dass sich da Sachen verändern, dass da vielleicht auch irgendwas in Richtung Touch passieren wird. Wobei Touch ist ja bei Microsoft eher so das, was man bei Kinect macht, also so richtig mit dem ganzen Körper. Und da gehen wir also auch stark davon aus, dass bei der neuen Xbox Kinect Out of the Box schon enthalten sein wird. Eben eine erweiterte Version, wo man vielleicht auch dann im heimischen Wohnzimmer nicht alles rumräumen muss, sondern was sich auch mit kleineren Wohnzimmern irgendwie verträgt und was vielleicht ein bisschen präziser ist. Und da wird natürlich schon seit Wochen spekuliert über das große Thema, nämlich Always Online. Also, dass man bei der neuen Xbox eine permanente Internetverbindung braucht. Microsoft hat auffälligerweise eben im Vorfeld diese Gerüchte nicht dementiert. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass da was dran ist. Aber da würde ich sagen, dass der nächste große Shitstorm im Internet da vorprogrammiert ist. Ich denke auch gerade in Deutschland, weil wir uns gerade schon über die DSL-Drosselung aufregen. Das passt überhaupt irgendwie gar nicht zusammen. Nee, irgendwie haben die sich nicht so abgesprochen, habe ich das Gefühl. Also, das passt wirklich nicht zusammen. Und der Deutsche gilt ja immer als besonders kritisch. Das finde ich auch gut so. Und ich glaube, da geht es jetzt wirklich auch um das Prinzip. Also, ob das in der Praxis, weil es gibt ja dann Leute, die sagen, das ist in der Praxis gar nicht so schlimm. Und wo ist das Problem? Man ist doch eh immer online. Aber ich glaube, gerade in Deutschland ist es so, wenn man sich auch anschaut, was mit EA Origin zum Beispiel war oder jetzt mit SimCity. Immer wenn so eine Gängelung am Horizont steht, dann ist der Deutsche halt besonders kritisch und äußert sich gleich mal sehr negativ. Okay. Das heißt, du schaust diesem Event vielleicht auch ein bisschen mit gemischten Gefühlen entgegen? Ja, also grundsätzlich freue ich mich natürlich immer total auf neue Konsolen. Und kann es immer noch nicht richtig glauben, dass die das machen. Vielleicht machen sie es auch noch in USA. Können sie gerne tun. Aber in Europa gehen die Uhren, wie gesagt, noch ein bisschen anders. Aber ansonsten freue ich mich einfach sehr drauf. Ich glaube halt, dass die Technik, ähnlich wie bei der PS4, sehr im Mittelpunkt erstmal stehen wird. Ich gehe auch davon aus, dass die Konsole an sich zu sehen sein wird. Aber spieletechnisch wird es wahrscheinlich dann auf der E3 ein paar Wochen später erst richtig rund gehen. Aber natürlich würde ich mich freuen, wenn so die großen Microsoft-Marken Halo, Forza, wenn da schon ein bisschen was zu sehen sein wird. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass das eine oder andere Third-Party-Franchise, wo jetzt eine Ankündigung demnächst bevorstehen sollte, Stichwort Call of Duty, dass da auch was gezeigt wird. Okay. Wir halten euch auch da natürlich auf dem Laufenden. Auf jeden Fall. Und ein bisschen neidisch bin ich auch.